Das ist Lena. Lena hat seit zwei Tagen einen roten Hautausschlag im Gesicht. Um herauszufinden, was sie hat, googelt sie nach ihren Symptomen. Jedoch stellt Dr. Google merkwürdige Diagnosen fest, die Lena sehr verunsichern. Plötzlich hört sie einen TV-Spot im Hintergrund. Haben Sie Symptome und Sie wissen nicht weiter? Dann ist ein Symptomchecker die Lösung. Ein Symptomchecker ist eine M-Health-App, bei der Sie Ihre Symptome erfassen und beurteilen lassen können. Der Symptomchecker generiert auf Basis der erfassten Symptome und einer künstlichen Intelligenz, Empfehlungen und Ratschläge zur Behandlung Ihres Krankheitsbildes. Lena möchte mehr darüber erfahren und beginnt zu recherchieren. Dabei findet sie einige Symptomchecker-Apps auf dem Markt. Die bekanntesten Anwendungen sind die Ada Health-App, die Dermagnostic-App und die Babylon Health-Check-App. Sie findet heraus, dass vom Grundprinzip die meisten Symptomchecker-Apps eine ähnliche Symptomanalyse durchführen. Zu Beginn erfolgen demografische Abfragen, z.B. das biologische Geschlecht und das Geburtsdatum. Als nächsten Schritt folgen Fragen zum Lebensstil und der Krankengeschichte. Es wird beispielsweise nach dem regelmäßigen Konsum verschiedener Tabakprodukte oder dem Vorliegen einer chronischen Krankheit gefragt. Im Anschluss erfolgt die Anamnese zu den aktuellen Beschwerden. Der Symptomchecker schlägt eine Vielzahl an Fragen vor, um mögliche Ursachen herauszufinden. Zum besseren Verständnis verwenden einige Apps Bilder und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen, wie z.B. Lenas Hautveränderung. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden die eingegebenen Symptome ausgewertet. Bei Symptomcheckern gehen zumeist die KI-Systeme von Machine Learning-Prozessen hervor, in denen künstliche neuronale Netze regelbasiert und erfahrungsbasiert durch Datensätze trainiert werden. Die Auswertung beinhaltet eine Auflistung an möglichen Krankheitsbildern inklusive evidenzbasierter Informationen, Empfehlungen und Ratschlägen, wie z.B. das Aufsuchen eines Arztes. Dabei handelt es sich jedoch um keine medizinische Diagnose. Während ihrer Recherche stößt Lena darauf, dass Symptomchecker in den Versorgungsbereichen Prävention und Diagnostik unterstützen. So helfen sie sowohl bei der Selbstdiagnose als auch im klinischen Alltag und verbessern die Patientenversorgung und die Patientensicherheit. Auch der Zugang zur primären Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern kann durch so eine App gewährleistet werden. Lena ist von den aktuellen Symptomchecker-Apps begeistert und überlegt, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren aussehen wird. Lena könnte sich vorstellen, dass die von Symptomcheckern gesammelten Daten auch der Vorbeugung chronischer Gesundheitsprobleme, der vermehrten Früherkennung von Krankheiten und als Frühwarnsystem für Epidemien dienen könnten. Lena überlegt außerdem, ob Symptomchecker mit weiteren digitalen Anwendungen wie einer elektronischen Patientenakte oder anderen M-Health-Apps kommunizieren könnten. Darüber hinaus könnten sie ermöglichen, dass jeder von uns Zugang zu einer hochwertigen und personalisierten Versorgung bekommt. Nachdem Lena so viel über die Vorteile von Symptomcheckern gehört hat, beschließt sie nie wieder, ihre Symptome zu googeln und beginnt direkt, die Symptome ihres Hautausschlags in einen Symptomchecker einzugeben. Sie glaubt daran, dass Symptomchecker-Apps Treiber der Digitalisierung im Gesundheitswesen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017